Diesen Monat hat sich so ein bisschen was geändert. Ich habe so viele neue Produkte für mich kennengelernt, die gar nicht unbedingt so neu sind, die ich euch einfach zeigen muss. Und hier sind meine Monatsfavoriten aus der Druckerie für den Monat Mai. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Lieben Gruß von mir und meinem Besucher, der natürlich wenige Tage vor meiner Hochzeit gelandet ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ein bisschen nervös, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr, denn wir heiraten ganz bald. Und ich weiß gar nicht, wann das Video online kommt. Haben wir da schon geheiratet? Ich glaube noch nicht, aber es sind wirklich wenige Tage. Ich freue mich. Ich habe nämlich diesen Monat so ein paar Produkte in der Druckerie gefunden, von denen ich sonst eigentlich, da wäre ich eher dran vorbeigelaufen. Aber die sind gut und die zeige ich euch heute. Ich würde vorschlagen, das geht. Es wird eine schnelle Runde und wir starten auch direkt mit dem ersten. Und ich habe es euch schon mal gezeigt. Und könnt ihr mir nicht sagen. Könnt ihr mir nicht sagen. Ich habe... Schäbens. Was ist das? Was ist hier drin? Das sind diese Koffeinaugenkonzentratkapseln. Vierte Packung, fünfte Packung mittlerweile. Ich musste sie nochmal mit reinnehmen. Das sind kleine Kapseln. Die erinnern mich so ein bisschen an früher. Die sind sehr, sehr nervig zu benutzen. Fakten auf dem Tisch. Du hast hier eine ganz kleine Menge Produkte mit drin. Es ist aber schon fast zu viel für meine kleinen unteren Augenbereiche. Ich habe die jetzt bestimmt schon drei Wochen in Anwendung. Und du hast hier diese Flüssigkeit mit drin. Beziehungsweise diese Creme. Die ist sehr, sehr reichhaltig. Und ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht ein bisschen zu reichhaltig ist. Und ich arbeite mir das wirklich lange unter die Augen ein. Und ich habe ja mittlerweile auch... Also meine Augenringe sind besser geworden. Aber nicht so viel besser. Aber meine Fältchen sind halt stärker geworden unter den Augen. Das seht ihr nicht, ne? Durch das ganze Licht. Da müsst ihr mir glauben, wie sich das so im Alltag einfach verhält. Aber ich arbeite das hier ein. Und lasse mir wirklich, wirklich Zeit. Und ich glaube, ihr seht schon direkt. Das hinterlässt so einen leichten Glow unter den Augen. Einen ganz, 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 ganz leichten Glow, der natürlich dafür sorgt, dass das Licht viel stärker reflektiert wird. Und dann unter den Augen auch einfach nicht mehr so intensiv aussieht. Dieses Zeugs ist das erste Produkt, was ich kenne, was du unter deinem Make-up wirklich dick, dick auftragen kannst. Ohne, dass es in die Fältchen läuft. Ohne, dass sich der Concealer darüber irgendwie komisch verhält. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Und liebe Schäbensteam, ich habe leider keinen Kontakt. Ich habe es schon mal gesagt. Ich habe keinen Kontakt zum Schäbensteam. Ich habe noch nie mit Schäben zusammengearbeitet. Diese Dinger sind Magie. Und ich bin wütend, dass es sie nicht überall gibt. Ich habe die nur bei Rossmann gefunden, aber auch nicht in jedem Rossmann. Bei DM zum Beispiel habe ich die noch gar nicht gefunden. Ich gucke mal, ob ich sie online vielleicht bei Amazon finde oder so. Dann verlinke ich sie euch unten, weil die wirklich, wirklich gut sind. Das ist so reichhaltig. Ihr könnt es sehen, ne? Das hinterlässt wie so einen kleinen Film, der auch diese kleinen Augenfältchen aufpolstert. Ich gehe mit dem Rest auch über mein Lied und klopfe das richtig, richtig gut ein. Das dauert einen Moment, bis das wirklich eingezogen ist. Deswegen ist das nicht unbedingt etwas, wo ich sage, dass... Also allein schon von der Menge her nicht. Du hast ja nur fünf Kapseln mit drin. Da kommst du vielleicht eine Woche mit hin. Das ist, glaube ich, eher für jemanden etwas, wenn man sagt, okay, ich habe heute Abend ein wichtiges Essen. Ich gehe heute Abend aus. Diese Kapseln auftragen. Wirklich ein Momentchen einklopfen lassen und lass dem Produkt die Zeit. Es muss nämlich einziehen. Dann kann das Koffein wirken. Die Blutgefäße ziehen sich so ein bisschen zusammen. Dann geht diese bläuliche Verfärbung ganz leicht weg. Und dann wird das richtig, richtig schön. Ich weiß, Schebens ist nicht unbedingt dafür bekannt, Produkte in Tiegeln oder in Creme-Applikationen. Applikatoren rauszubringen. Diese Kapseln, ja, ich verstehe schon, weil das Produkt ja wirklich dann sehr, sehr frisch immer nur geöffnet wird. Wenn es so ein gutes Produkt ist, es muss einfach, es muss einfach mehr sein. Da zahlst du dich dumm und du sie nicht, ne? Also, was heißt dumm und du sie nicht? Es kostet 1,99 Euro für eine Woche. 8 Euro im Monat ist, ja... Also für den Effekt sage ich, es lohnt sich Tatsache bei mir auf jeden Fall. Schaut euch das mal angucken, ob ihr das findet. So, 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 so gut. Wir lassen das Ganze aber immer noch einziehen. Und wir gehen einmal kurz zu den Augenbrauen. Denn ich mag es kaum glauben, aber ich habe, glaube ich, einen neuen Favoriten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es scheint so. Ihr wisst es, ich schwöre auf dieses Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Elf hat mittlerweile auch ein sehr gutes. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Gute davon, muss man so sagen. Ich glaube, Manhattan hat mittlerweile ein... Gefühlt jede Marke hat mittlerweile so ein Augenbrauen-Gel. So, und jetzt kam L'Oreal vor, ich weiß gar nicht wann, mit dem 24 Stunden Brow-Lamination-Produkt raus. Und das erinnerte mich so ein bisschen an diese Augenbrauen-Gele von früher. Aber das ist es nicht. Deswegen hätte ich das sonst nicht gekauft, hätte ich nicht ein Video dazu gesehen. Das ist ein Gel recht schlicht. Ich glaube, es gibt es auch nur in Transparent. Weiß ich aber nicht genau. Und du hast hier ein ganz normales Bürstchen. Da ist nicht allzu viel Produkt mit dran. Aber ich zeige euch, wie es funktioniert. Und das hält besser als das von Anastasia. Mir ist nämlich in London was aufgefallen. Und zwar habe ich dort das Brow Freeze mit dabei gehabt. Und irgendwann, wenn zu viel Feuchtigkeit rankommt, sei es durch Skincare oder sei es durch irgendwas anderes, wird das so dick wie so eine... Kennt ihr diese kleinen Pakete mit diesen Kugeln drin, die irgendwo drin liegen, damit etwas trocken ist? So ähnlich wirkte das dann auf den Augenbrauen. So, und ich nehme mir dieses Gel. Du brauchst wirklich ein bisschen mehr. Das ist sehr, sehr dickflüssig. Und dann gehe ich von hinten einmal gegen den Strich und dann nach oben. Der Vorteil von diesem Ding ist, du hast wirklich einen Moment Zeit, das aufzutragen, ohne dass es sofort in der Form ist. Ich nehme dann meistens nochmal ein sauberes Bürstchen und kämme die Haare dann durch. Und du hast immer noch Bewegung. Das hast du bei dem Anastasia nicht. Also da ist es drauf und dann sind die Haare platt. Ich nehme meinen Finger, drücke das an und drücke das hoch. Mache ich hier einmal sauber. Und gebe dem Produkt eine Minute Zeit, um anzutrocknen. Das Schöne ist... Ah, wie merkt ihr? Das wird wirklich ein bisschen klebrig. Das Schöne ist, es hält. Ich finde besser als das von Anastasia. Ohne, dass du das Gefühl hast, dass du so eine dicke Wacksschicht auf den Augenbrauen hast. Das war so ein bisschen der Nachteil bei dem Anastasia-Ding, dass du danach wirklich dieses wachsige Gefühl auf den Augenbrauen hattest. Gar nicht. Gar nicht. Einfach aufgetragen, antrocknen lassen und dann hält es ohne dieses dicke Gefühl. Das hat mich bei dem Anastasia-Ding immer so ein bisschen gestört. Und es ist matt. Beim Anastasia-Produkt hast du das Gefühl, dass es so wie so ein Gel drauf ist. Es glänzt sehr stark. Hier hast du so ein, ich würde schon sagen, eher so ein mattierten Look. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Mittlerweile ist es auch fast alles angetrocknet. Wir hüpfen aber nochmal kurz zurück zu den Augen. Und zwar das hier. Ich musste es euch nochmal zeigen, weil auch das hier spektakulär ist. Judith Williams, die Gute. Magic Wonder Eye Balm. Vierfach Hyaluronsäure. Ich benutze das nicht. Ich sage es nochmal ganz klar. Ich benutze das nicht so, wie es eigentlich konzipiert wurde. Eigentlich soll das ja so ein bisschen die Augenschatten kaschieren. Tut es auch, wenn du halt nicht so Augenschatten hast wie ich. Wenn du ganz leichter hast, okay. Das ist erst eine weißliche Textur. Ich platze diese, oder ich sorge dafür, dass die Kugeln hier aufplatzen. Und dann kriegt das so einen leicht beijigen Ton. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der perfekte Ton für jede Hautfarbe. Sind wir ehrlich. Aber das gebe ich mir einfach über diese Schebenskapseln rüber. Und baue das auch gut auf. Auch das ist super, super reichhaltig. Und es funktioniert aber sehr gut mit diesem Augen-Koffein-Konzentrat von Schebens. Ich liebe es, wenn Produkte gut miteinander funktionieren. So. Das hat eine wirklich, ich sage mal, sehr leichte Deckkraft. Du kannst sie aber aufbauen. Und das sorgt dafür, dass diese Trockenheitsfältchen unter dem Auge in Kombination auch mit diesem Augen-Koffein-Konzentrat einfach aufgepolstert werden. Und du halt nicht mehr diese trockenen Stellen hast. Es ist ein bisschen teurer. Es sind 10 Milliliter drin. Du brauchst davon aber wirklich eine kleine, kleine Menge. Also das hier reicht ja für anderthalb Augen. Nehm immer ein bisschen mehr, weil ich ja auch ein bisschen mehr Deckkraft haben muss. Platz. Lass das aufplatzen. Und stempel das dann einfach mit dem Finger hier rüber. Du kannst wirklich ein paar Schichten aufbauen. Und jetzt seht ihr ja schon, wie viel frischer meine Augenpartie aussieht, ohne dass ich überhaupt ein bisschen Make-up im Gesicht habe. Ich habe kein Concealer benutzt. Ich hatte nicht mehr Under-Eye-Corrector drauf. Und somit, das ist der Vorteil, sieht euer Make-up unter den Augen. Und das ist oft das Problem. Ich habe neulich jemanden kennengelernt. Die hatte ganz große Probleme mit ihrer unteren Augenpartie. Und der habe ich die Produkte auch empfohlen. Ich bin gespannt, wenn sie mir Feedback dazu gibt. Das Problem ist, wenn du zu viel Textur unter dem Auge hast und zu viele pigmentierte Produkte, Concealer, Foundations, Puder, Produkte drauf gibst, dann wird es immer trockener, trockener, trockener und betont eigentlich nur diese Trockenheitsfällchen. Aber wenn du diese leichten Texturen unter dein Auge aufgibst, auch das lasse ich einen kleinen Moment einziehen. Ich habe das hier von Judith auch schon so ein bisschen als Foundation benutzt. Es ist natürlich, die Dickkraft ist sehr, 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 sehr wenig, aber gefällt mir gut. Was ich jetzt nicht anwende, ich habe euch aber ein ganzes Video dazu gemacht, das ist von Namen. Das sind diese Smart Luminous Foundation Darkner oder Whitener. Wenn du eine Foundation hast, die dir zu hell oder zu dunkel sind, sind das meiner Meinung nach die besten Drops, die du da mit reinmischen kannst. Die sind so pigmentiert, dass du wirklich nur die kleinste Menge von diesem Produkt reinmachen musst. Liegt, glaube ich, ungefähr bei 9 Euro. Rossmann Online Shop aktuell nur sehr, sehr gut. Du kannst damit jede Foundation anpassen. Und ich habe mir neulich zweimal diese neue Fenty Foundation bestellt. Einmal in der 230 und in der 150. Beide sind falsch. Ich bin hier irgendwo genau dazwischen und ich kann das damit so ein bisschen anpassen. Übrigens eine spektakuläre Foundation. Wollt ihr dazu ein eigenes Video haben? Das würde sich da sogar fast schon lohnen, ne? Aber mit diesen Drops musst du dir halt nicht jetzt noch vier weitere Foundations kaufen, sondern kannst das damit einfach anpassen. Das verändert nicht die Formulierung der Foundation. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich das Make-up danach irgendwie nicht mehr so gut verbinden lässt. Es verbindet sich immer noch genauso gut mit dem Make-up. Ganz, 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 ganz toll. Wollte ich euch hier nochmal mit reinzeigen. Habe ich ein ganzes Video gemacht. Hier in der Ecke verlinkt oder unten in der Infobox. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Kamera war aus und der Ton lief weiter. Und in der Zwischenzeit habe ich zwei wirklich tolle Produkte benutzt. Das macht mich gerade so ein bisschen wütend, aber ich erzähle es euch gerne trotzdem nochmal. Fehlt jetzt ein Produkt, wovon ich wirklich geschwärmt habe und zwar dem hier, Hypoallergenic. Ich habe die Marke neulich mir online bestellt, weil ich einfach noch gar keine Erfahrungswerte mit den Produkten hatte, so wirklich. Und habe das Longwear Hydra Powder Hydrating Powder, das verwirrt mich so ein bisschen, Puder gefunden. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Leider fehlt jetzt dieser Einblender. Aber das ist ein Puder, was mit Hyaluronsäure angereichert ist und ich dachte mir, das ist vielleicht so ein bisschen wie das von Becker. Ist es nicht. Also das ist nicht so dieses nasse Puder, was ich ja so cool fand, sondern das ist eher so ein Puder, was deine... Da guck mal, da ist noch ein bisschen... Da seht ihr diesen Lichtpunkt? Das ist noch nicht fixierter. Und jetzt gehe ich da einfach rauf und presse mir das rauf und es mattiert zwar, aber ohne, dass es austrocknet. Und gerade wenn ihr Probleme habt mit eurer Haut, dass sie mit Puder vielleicht nicht so gut klarkommen, weil die meisten Puder einfach nochmal Feuchtigkeit aus der Haut ziehen und es dann auch immer recht schnell crusty aussieht. Habe ich hier wirklich gar nicht. Es ist alles mattiert, es ist sehr, 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 sehr ebenmäßig und es hinterlässt so ein... Ja, also es hat ja kein Glow, es ist kein Glitzer mit drin, aber es mattiert, es nimmt diesen Glanz mit raus und spendet trotzdem dabei Feuchtigkeit. Das ist wirklich, wirklich spannend gewesen. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, ob das Ganze wirklich funktioniert. Hat es. Also das könnt ihr euch wirklich mal anschauen. Man kann es auch gut unterwegs hier unter die Augen mal ein bisschen auftragen für so ein ganz kleines bisschen Deckkraft. Auch hier sind wir wieder beim Thema, wenn ihr Probleme habt mit Pudern, die trocken sind, unter euren Augen, gar kein Problem. Das fühlt sich schon fast ein bisschen nass an. Ist es nicht. So, so seidig. Ne, sehr, sehr... Seidig ist, glaube ich, das richtige Wort, um es zu erklären. Sehr seidige Textur, die ganz, 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 ganz ebenmäßig ist. Und wir haben noch ein Produkt, was ich euch wirklich nochmal mit auf den Weg geben muss, weil es einfach so cool ist. Diese Palette von Rival DeLoup. Nude-Matte-Palette sind vier, acht, zehn, zwölf Farben mit drin. Sehr basic. Also die ist ja schon fast langweilig. Aber dieser Ton hier bei mir und dieser, das benutze ich als Under-Eye-Highlighter. Schaut mal. Einfach hier hinten unter die Augen und hier für so einen ganz, 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 ganz kleinen Lichtpunkt. Und das hält sofort die untere Augenpartie deutlich auf. Du kannst ja auch so ein bisschen was Wärmeres mit reinmischen. Ein Highlight hier vielleicht. Oder so ein mattes Highlight. Das macht schon einen krassen Unterschied beim Make-up, ne? Also vor allen Dingen hier hinten, um das Auge so ein bisschen anzuliften, sind die wirklich gut. Super pigmentiert. Da seht ihr es, glaube ich, ne? Wirklich gut, um so ein bisschen die Schatten auszugleichen. Und das ist jetzt sehr fortgeschritten. Aber ihr seht ja, unter meinen Augen scheint es noch so ein bisschen lila durch auf dieser Seite. Dieser Ton hat fast dieselbe Farbe wie mein Augenschatten. Und hier drunter, hier ist es ja heller als dort. Das sieht man, glaube ich, ne? Und wenn ich mir diesen dunkleren Ton, den helleren Bereich, ein bisschen abdunke, dann ist der Kontrast zwischen dem Bereich und dem Bereich nicht mehr so hoch. Nur ganz bisschen. Und dann habe ich denselben Pinsel, gehe hier ein bisschen rein und blende das so ein bisschen zusammen. Und dadurch ist der Übergang zwischen der dunklen Stelle und der hellen Stelle einfach nicht mehr so groß. Ist sehr fortgeschritten. Und das mache ich auch nicht jeden Tag. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Da habe ich auch keinen Bock, bin ich ehrlich mit euch. Aber für so ein Highlight mal schnell hier ein mattes Highlight am inneren Augenwinkel, unter der Augenbraue, ohne diese Schimmerpartikel. Super! Ganz, 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 ganz toll. Oder einfach hier ein bisschen die Farbe ins bewegliche Lid, um es ganz leicht zu startieren, ohne dass es aussieht, als hättest du einen Lidschatten drauf. Das ist so eine Palette, die ist wirklich multitasking. Als Lidschattenpalette, okay. Da kannst du jetzt nicht erwarten, dass das jetzt hier deine neue Make-up-by-Mario-Palette wird. Ganz im Gegenteil. So krass pigmentiert ist sie nicht für Lidschatten. Außer die dunklere Reihe, die ist okay. Die ist halt, ihr seht das, ne? Die Farben sind sehr weißlich. Da ist ein sehr hoher Weißanteil mit drin, was natürlich dafür sorgt, dass die Farben nicht ganz so krass pigmentiert sind. Aber für diese Kleinigkeiten oder mal eben schnell hier ein bisschen konturieren. Oder, ganz, ganz toll, dafür hat es euch bei Instagram so gut gefallen, wenn ihr blonde oder weiße oder graue Haare habt und ihr Probleme habt mit Augenbrauenpudern. Ihr habt hier fast eine komplette Reihe. Denn diese grauen Töne gibt es ja so auch sehr selten bei Augenbrauenprodukten. Kostet, glaube ich, 4 Euro. Und du brauchst ja nichts davon. Ein bisschen hier durch die Augenbrauen durch. Fertig. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, die ist leider nicht mit auf dem Video gewesen. Und zwar habe ich neulich bei Amazon was entdeckt. Und zwar von Jessup. Seht ihr diesen Pinsel? Der kommt uns sehr verdächtig vor, ne? Der erinnert uns doch doch schon ziemlich stark an die hier von Make-up-by-Ariel. Und Morphe, die sind ja die gehyptesten Pinsel des Jahrhunderts gewesen, so ungefähr. Sehr, sehr gute Pinsel. Das ganze Pinselset hat, glaube ich, 99 Euro gekostet. Und nur weil du Kylie Jenner schminkst, zahle ich nicht nochmal 99 Euro für deine Pinsel. Und das ist wirklich eine der besten Pinsel, die ich leider kenne. Muss ich so sagen. So, und jetzt habe ich die hier bei Amazon gefunden. Sehen fast identisch aus. Sind nicht ganz so geltlich, sondern eher ein bisschen elfenbeiniger. Der Pinselset. Ich würde fast sagen, die Pinsel sind dieselben. Es gibt ja wirklich alles. Da sind ganz kleine Detailbrushes mit dabei. Ganz große Puderpinsel. So ähnlich, dass ich sagen würde, es lohnt sich nicht, die von Morphe zu kaufen für 99 Euro. Ich verlinke die euch mal unten in der Infobox. 36 Euro, glaube ich. Ab und zu gibt es so einen 10% Rabattcode. Tolle Pinsel. Sehen nicht nur unglaublich schön aus, sondern sie sind auch wirklich, wirklich gut. Ich habe mit diesem hier gerade meine Foundation aufgetragen. Mein Blush ein bisschen aufgetragen. Kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht gut sind. Das sind meine meistgenutzten Pinsel hier von Ariel mittlerweile. Da sind Pinsel mit dabei. Die sind so klein, dass ich sie kaum in der Kamera zeigen kann. Ganz detailliert für den unteren Wimpernkranz. Kannst du hier so ein bisschen Farbe nehmen und dann nur deine Läschlein hier. So ein bisschen Beton hier außen. Und sowas findest du selten. So wirklich ganz, 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 ganz kleine Pinsel. Die dann gut sind. Also die sind natürlich ein bisschen fipselig, aber es ist halt ein dünner Pinsel. Also die könnt ihr euch mal wirklich anschauen, falls ihr mal ein neues Pinselset braucht. Erinnert mich so ein bisschen an BH Cosmetics, bin ich ehrlich. Gibt es ja so nicht mehr in der Drogerie, zumindest mit den Pinsel-Sets. Und die sehen halt einfach super, super schön aus. Also da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ansonsten gucke ich, dass ich euch irgendwie Produkte unten verlinken kann. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich freue mich auf meine Hochzeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.